willkommen zum video podcast an dem ich wieder interessantes diesmal zum thema stress chemie vorstellen möchte es ist ein komplexes thema das ich vereinfacht darstellen möchte mein name ist gertrud schröder auch long ping der friedliche drache genannt es ist unglaublich wie vielen reizen wir täglich ausgesetzt sind wir können nur einen kleinen teil dessen was sich in unserem körper und um uns herum abspielt bewusst wahrnehmen pro sekunde werden circa 11 millionen sinneseindrücke in unserem gehirn verarbeitet doch davon nehmen wir etwa 40 bewusst war stellen wir uns vor ein reiz kommt im gehirn an das kann ein visueller oder ein auditiver also ein den gehörssinn ansprechender reiz sein auch der geruchssinn kann angetriggert werden den tastsinn betreffen empfindungen wie zum beispiel hitze kälte schmerz das sind passive wahrnehmungen das aktive ertasten wird als haptische wahrnehmung bezeichnet hierzu kommt noch der geschmacksinn dazu es gibt die unterscheidung in die fünf geschmacksinne süß sauer salzig bitter und unami der als herzhaft intensiv fleischig wahrgenommen wird die sind also die möglichen reize die natürlich auch zum teil gemeinsam im gehirn ankommen alle reize von sinneseindrücken auf ihrem weg zur großkirn rinde mit ausnahme des geruchssinns kommen im thalamus an dort werden sie zur amygdala weitergeleitet thalamus und amygdala regeln als teil des limbischen systems emotionale äußerungen die amygdala auch mandelkern genannt verarbeitet äußere reize und sorgt für die bewertung von emotionen und löst reaktionen im körper aus auch reflexe und körperreaktionen wie zb atmung und kreislauf werden von der amygdala kontrolliert reaktionen wie schneller herzschlag oder ein zusammenzucken bei schreck sind eine folge davon die amygdala ist das alarmzentrum erinnerungen mit emotionalem gehalt werden hier gespeichert wenn eine situation mit gefahr verbunden war und sich in gleicher oder ähnlicher form wiederholt kann dies eine panik auslösen das nennt man die klassische konditionierung wenn die zuordnung passt also keine gefahr droht gelangt die botschaft in den hippocampus den sogenannten kalten speicher er ist eine zentrale schaltstation des limbischen systems sie bildet das tor zum bewusstsein als wichtige zentrale schaltstelle für nachrichten von den sinnesorganen wird die botschaft bewertet und in den gedächtnis speicher den hippocampus eingeordnet der informationsinhalt wird stets mit bereits vorhandenem wissen verglichen und emotional bewertet wenn der reiz als unwichtig empfunden wird wird er es gar nicht weitergeleitet durch seine anschauliche ähnlichkeit mit einem seepferdchen ohne kopf kam der hippocampus zu seiner bezeichnung zusammengesetzt aus hippos pferd und campus sehungeheuer ergibt sich der name eines fabel wesens aus der griechischen mythologie das broker areal und das wernecke zentrum sind das hauptzentrum der sprache das sensorische sprachzentrum hier werden die erfahrungen in worte gefasst gehen wir nochmals zurück zum ankommenden sinnesreiz aus der umwelt er kommt über den grob filter thalamus der zentrale des vegetativen narkensystems an sensorische und motorische funktionen werden hier verarbeitet der hypothalamus ebenfalls teil des zwischenhirns ist für die gefühle zuständig hier beginnt unter stress auch die antwort auf die ausgelöste alarmreaktion in der amygdala dem alarmzentrum dem sogenannten heißen speicher wird bei einem stress impuls veranlasst entsprechende hormonen wie adrenalin für eine fluchtreaktion und noradrenalin für eine kampfsituation freizusetzen sie erhöhen kurzfristig unsere leistungsfähigkeit cortisol wird bei ständigem stress vermehrt ausgeschüttet und bremst die immunabwehr wenn der körper in dauernder alarmbereitschaft ist bildet sich zu viel cortisol und so kann es den organismus dauerhaft schädigen als weitere folge von dauerstress werden endomorphine ausgeschüttet um diesen zustand durchzustehen und auch aushalten zu können bei traumata psychischen ausnahmesituation pendeln sich die stresshormone in erwartung immer neuer traumata auf einem höheren niveau ein man nennt das hyper arousal ein zustand eines anhaltenden erhöhten aktivierungsniveaus des autonomen nervensystems die erhöhte kortisolausschüttung kann bei traumatisierten menschen zu gravierenden organischen beschwerden führen der mensch ist in einer traumazange gefangen durch gespeicherte fragmente die assoziationen und erinnerungen zum trauma auslösen wird der traumatisierte mensch wieder mit diesen erlebnissen konfrontiert und ist nah am trauma erst wenn das trauma erlöst und behandelt wird kann es durch massive auslöser wieder zu einer retraumatisierung kommen auslöser sogenannte trigger können menschen sein aber auch fotos umgebungen geräusche und kann auch durch gerüche ausgelöst werden oft gehen traumatische erfahrungen mit einem gefühl von schuld und scham einher diesen teufelskreis zu durchbrechen braucht in der regel professionelle unterstützung und begleitung mit diesem einblick möchte ich eine spur in die stress chemie legen und ihr bewusst machen wie komplex das thema ist je nach deinen erfahrungen wünsche ich dir weiteres gutes forschen